fall was mit dir nicht nicht da unten hatten wir ja schon was was ist denn das gerücht und wo ist das gerücht da oben ist das ich bin gerade zum ersten mal ausgewichen und wir haben das spiel schon durch genau oder im paulana garten hier weg da haben wir das ding gemacht mächtiger badaboom so müssen wir jetzt hoch oder da rein ja da rein so denn man was soll hier ein gerücht sein uhr who the hell are you komm, mach ihn kaputt kipp aus da der auch wieder aussieht wie cyclops von hinein ja das war das gerücht ok und dann gehen wir grad weiter und dann kommen wir da hinten zum nächsten zu den nächsten beiden gerüchten sogar noch keiner abgehackt die hüpf hm was ist hier ah da waren wir anscheinend schon offener weg wohin na egal wir wollen ja dahin dunkel im dunkeln ist gut munkeln ja aber noch ein geiler 3d film ähm final destination 3 müsste es gewesen sein mit dem bus auf der brücke mit dem schulbus alter so geil gemacht mach den kaputt ha 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 ausgetrickst nie in 3d gesehen oh das ist was verpasst alter der ist richtig richtig geil da ist doch die szene wo ähm diese diese metallstangen wo in beton eingegossen werden da stirbt der eine in dem die stange ich weiß gar nicht mehr fällt er drauf oder wie das ist dann geht die stange hinter den kopf rein und vorne aus dem auge wieder raus ne und das auge hängt da dran und du siehst das von vorne ne der ja genau der fällt der fällt auf einmal kommt die stange dir entgegen und sitzt auf der couch und denkst alter das auge direkt vor deinem gesicht wow 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 richtig gut gemacht ich hab's nicht kein 3d film mehr gut könnte ich eigentlich mal wieder tun soll ich denn da hochkommen ja mega nice mega nice reicht das zum springen ne 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 hä ne 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 das muss ja auch einen grund haben dass ich hier so ein teil holen kann so eine bombe wo muss die bombe denn hin was kann ich damit sprengen und ich hier nicht weiter also runter ja aber hoch und es sieht aus wie eine wand an der man hoch springen könnte aber das ging ja nicht verdammt irgendwie flüchten von hier ja auch nicht und hier so klettern auch nicht kann doch nicht angehen muss ich jetzt echt wieder zurück um dahin zu kommen ist ja fies ja komm ich kann mal schnell zurück im dunkeln und was war hier ach so das war diese andere weg da war ja aber kein hm warte mal oh battery oh kiste mhm oh kann es unsichtbar machen das ist aber fies aber ich bin fieser niemals die macht es mit mir nicht mit dir hier die verschlossen ist da geht es noch nicht weiter tatsächlich naja ok naja ok haben wir uns wieder einen zum töten gehabt da sieht man was da sieht man was das war ja der normale weg den wir schon gegangen sind alternative gibt es hier nicht auf die schnelle so gerüchte ja genau richtig hier aber fast eine punkt landung würde ich mal behaupten da hinten leuchtet was blau ach so ist meditationspunkt ok ja dann was sollte denn das für ein gerücht sein erzähl mal verlassener damm untersuche den rostigen aufzug in der baggerschlucht ok das ist dieser hier würde ich mal behaupten was bist du denn für einer ach so einer ja der ist tief gefallen hier waren wir auch schon aber ich glaube da konnten wir auch ein paar dinge noch nicht machen so und was ging es denn hier weg naja da ist hier aber nichts ne klar da geht es hoch aber sonst das haben wir ja schon gelöst und was wollte denn von mir was Oh, da geht es noch her. Au. Hey, kein schlechter Pfund. Priorit-Klumpen. Ja, dann. Das scheint aber nicht das Gerücht gewesen zu sein. Was ist denn das Gerücht? Untersucht den rostigen Fahrstuhl in der Bagger-Schlucht. Da ist das offener Weg. Guck mal, wo geht es denn da hin? Kommen wir hier so wieder rüber? Nein. Okay, dann muss man wieder runter. Und gehen mal wieder zurück. Und gucken wir mal da oben. Dann ist das vielleicht der rostige Fahrstuhl. So, ähm, Bethesda. Okay, müssen wir gleich mal gucken. Äh, da wollten wir hin. Hier waren wir tatsächlich noch nicht. Was war das? Nein, nein, nein. Aha. Hier wird eine Kugel gewünscht, damit wir das da hinten aufmachen können. Alter, wo sieht man jetzt? Wie geil ist das denn? Aber, Kugel? Das sieht ja aus, als wenn man das hier öffnen könnte, ne? Aber wie? Das geht bestimmt auch nur, wenn wir hier den Strahl aktivieren, dann da drüben und dann Feuer legen bis dahin. Da shoulder, also mit dem Wasser. Nämlich, das ist ja sogar die Kugel. Oh, du hast auch die Zeit, dass ich hier die Kugel wach. Out, versuchend, dass ich hier die Kugel wach. Also, ich nehme dich hin. Ja, ich nehme dich hin. Oh, das ist ja, wie ich wiederumcciones Tier war. Ich nehme dich hin. Oh, ich nehme dich hin. Oh, ich lebe da an. kommen wir da unten dann müssen wir noch hin reich nicht verdammt bin ich geil oder bin ich geil what the heck was soll ich hin damit darunter werfen oder was ich weiß wie in einer stunde laut offizie im zeitland in 10 erst aber ich habe hier eine erinnerung gekriegt also ich habe von der von der besteste seite mehr als die e mail kam wollte man das zum kalender hinzufügen da stand jetzt 21 uhr 22 uhr ist mir dann doch ein bisschen spät aber mal gucken dann kann ich die vielleicht auch einfach grappen wie soll ich ein dart treffen stellen 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 ich muss darüber schleudern damit die wand da aufgeht das sollte man doch hinkriegen hat sich gereicht ok gehen wir mal dahin jetzt hat kein was kommt schon die da kaputt machen kann also den boden kaputt machen kann also anscheinend wir müssen irgendwie da drüben die murmel ist bisschen schwerer ja ein wenig ein wenig naja soll jetzt auch nicht nächste gegen die band gegen die decke geknallt die muss irgendwie darüber sehen was was ich bewegen kann mit meiner macht mal da oben auch wieder so ein gedöns kann ich das das höher machen das teil wie auch oder unten wohl war noch hin da kommen wir sogar hin wenn wir da und da und da verstehe so 21 uhr hier läuft nichts auf twitch dann ist es vielleicht auch 22 uhr hier war ja nichts mehr ja da würde ich doch fast behaupten dass wir das nicht zusammen gucken dass wir nicht da hoch gehen kann ich da hoch das teil müssen wir aufspringen irgendwie von hier kann ich nicht hacken können höchstens ja ja pass auf so naja kann ich werden mit dem teil ist etwas von der seite mal versuchen können und hochkommt das ding nicht ne ja mach gehen wir bitte komm komm hm überbande werfen hier aber es ist auch viel zu hoch ja und ich kann da so weit kann ich auch nicht werfen noch ne bande ne warte mal wie ist das denn bereit zum weitergehen aha man kann das müssen anders drücken da läuft jetzt was auf twitch ne ist aber offline ist ein video so aufgemerkt aber eben hat es auch geklappt was für ein winkel muss man da kriegen ey bleibt nicht zurück bd1 könnte noch ein stück vor bisschen höher vielleicht bd1 noch höher aber dann kommen wir nicht mehr so weit ne ne dann reicht es nicht boah alter auf eine höhere position kann ich mich nicht begeben ne naja das teil kann ich auch nicht bewegen naja junger ok beeil dich Kumpel guck mal wie knapp wir sitzen da jetzt den richtigen winkel finden und die richtige richtung das war nicht schlecht aber nicht weit genug was übersehe ich kann man hier noch irgendwas anderes machen und was ist das ist das ein fahrstuhl da unten keine ahnung bd1 das muss mir mal einer erklären ey kann ich ein stimmen kriegen bd komm schon Kumpel warte mal nun mal eben hm nee dann weiß ich überhaupt nicht weiter ne wie soll ich das darüber kriegen das teil warte mal ist da vielleicht zufälligerweise sonnen fähigkeiten gedöns ja ist das meditations punkt vielleicht fehlt mir noch ein bisschen power ja und wir wollen ja mal da runter ne weil da gibt es ja auch was das kann ich aber da nicht runter springen das ist zu hoch jetzt nicht einfach kaputt ey so wie soll das denn hier eigentlich gehen dass man da rüber kommt da auf auf in we in in we in we in 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 check Vielen Dank.